Okay Leute, also ich lese diese Zeitschrift hier nicht umsonst, es ist nämlich eine Frauenzeitschrift, ähm, weil die DOI, Dezember-Ausgabe 2011, ist die beste DOI-Ausgabe ever, ja, weil, guck, kennt ihr die? Kennt ihr die? Kennt ihr die? Ist die nicht sexy? Ah, macht das. Zieht euch das rein. Seht ihr das? Seht ihr das? Riesengroß, ja. Ich würde sagen, jedem denn die Story interessiert, die die DOI so lustig über uns geschrieben hat, diese Zeitung gibt es für 1,90 bei jedem Schreibwarenladen. Der holt euch einfach das Teil. Und von mir gibt es jetzt noch ein Exclusive Behind-the-Scenes von dem Fotoshooting. Zieht euch das rein! Peace! Ich hab genaue Vorgaben gesagt, das ist genau... Aber genau gefiltert dich. Kannst du dich noch auf uns? Genau. Zum Freund, in die Größe. Nur so in die R. Genau. Zum Freund, in den Aufmerksamkeit. Also, es ist ne ich, darf ich ne ich, so ein Köln, dass wir dann, genau... Aber wenn die Leute aus Musiker hier kennen, weißte? Ja, das ist ja. Aber weil wir dann K sono in der Welt, und euch jetzt so richtig schön. Halt und Paar... Du bist das ein bisschen mehr. Nein. Ich bin zwar ganz gut. Wie geht? PNew! Niff! 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 Die Niff! Tau! Ja, du bist in der Schule. Dann kommt immer eine Reaktion und der ist wunderbar. Alter, bin der nicht gut. Ey, naja, Alter. Find's nicht gut. Da kommt man damals jedes Mädel mit Knacken. Ja? Ja, das ist ungefähr 37 Jahre. Wenn man so Huscheln geht. Ich habe jetzt schon mal ein Set für die Hüte. Schön, wunderbar schön. Die Anstrengende steht bei der Hand, die rechts ab. Wow, yes. Die Anstrengende steht bei der Hand. Die Anstrengende steht bei der Hand. Die Anstrengende steht bei der Hand. Vielen Dank.